Persona 4 Golden ist vor kurzem für den PC erschienen und auf Steam verfügbar und ich habe es mir sofort, als es freigeschaltet wurde, geholt und ich bin sofort wieder reingefallen in dieses Spiel und habe mich an alles erinnert, wieso ich das Original so sehr geliebt habe. Und deswegen möchte ich ein bisschen drüber erzählen, unter anderem auch, weil Persona 4 mein Einstieg war ins YouTuber-Leben, zumindest insofern, dass ich auch wirklich ein Publikum gefunden habe und etwas machen konnte, das Leute mochten und worüber ich Freunde gefunden habe. Was zum, unsere Angriffe funktionieren nicht? Ich rette euch! Ich werde zum Bärsacker! Teddy, alles okay? Leute, sagt mal! Liese, alles okay? Persona 4 hatte, als es rauskam, schon eine ziemlich große Fanbase. In Japan war das Spiel gigantisch und auch bei uns war es relativ beliebt. Persona 5 sollte dem Ganzen dann nochmal die Krone aufsetzen und das nochmal viel gigantisch größer werden lassen. Aber als 4 rauskam, gab es doch schon sehr viele Leute, die es sehr, 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 sehr gerne mochten und da gehörte ich dazu. Deswegen gab es auch einen Fan-Comic zu Persona 4, der Big Long Persona 4 Comic von Gigi Digi, die später andere coole Projekte gemacht hat. Unter anderem hat sie bei Undertale mitgearbeitet. Und dieser Persona 4 Comic ist einfach saulustig. Es ist eine super Parodie auf das Spiel und ich habe diesen Comic genommen, ich habe After Effects gelernt. Ich weiß gar nicht, wie alt ich damals war. Es muss da so 16, 17 rum gewesen sein. Und habe da den Comic zerschnitten in die Einzelteile und habe die dann ein bisschen animiert, ein bisschen rumgeschoben. Und natürlich alle Figuren eingesprochen, übersetzt und eingesprochen. Und das waren dann die... Ich habe den ganzen Comic gemacht. Das waren drei Videos. Insgesamt gehen sie, glaube ich, eine halbe Stunde oder so. Und war sehr stolz drauf und das ist auch gut angekommen. Aber genug von mir, genug vom Comic. Ich will über das Spiel selbst reden, weil ich finde, es ist heute immer noch genauso spannend und die Qualitäten überzeugen genauso wie 2009, 2008, als es rauskam? Okay, Wikipedia sagt, 2009 kam es in Europa, 2008 in Amerika. Also beides richtig. Ähm, genau. Falls ihr Persona überhaupt nicht kennt, Persona ist eine Spin-Off-Reihe der Shin Megami Tensei JRPG-Reihe, aber die ist für uns jetzt mal völlig egal. Persona 1 und 2 sind uns auch völlig egal, denn wirklich die moderne Identität der Persona-Reihe hat Persona mit Persona 3 gefunden. Und Persona 4 und 5 sind mehr oder weniger Weiterentwicklungen von Persona 3. Persona 3 war ein Dungeon-Crawler JRPG mit Pokémon-Elementen, wo man diese Dämonen sammelt und auflevelt und miteinander fusioniert, um neue Dämonen zu kriegen. Ähm, es war ein Party-basiertes JRPG. Das heißt, man hatte drei Mitstreiter, die ihre eigenen Personas haben. Äh, und mit ihren speziellen Fähigkeiten, mit Elementar-Zaubern und Buffs und Debuffs. Und eben Dungeon-Crawler. Es gab da diesen riesengroßen Turm, wo man sich von unten nach oben hocharbeitet. Was das Ganze noch spannender macht, ist die Verbindung des Ganzen mit einer Lebens- und, ja, auch Dating-Simulation, wo man eben ein Schüler ist, man muss jeden Tag in die Schule gehen, man hat verschiedene Beziehungen zu den, äh, Party-Membern, aber auch zu anderen Leuten, die jetzt nichts irgendwie mit den Kämpfen zu tun haben. Und das Ganze ist insofern clever miteinander verwoben, dass wenn man, äh, Zeit mit den Figuren verbringt, dann levelt man die Beziehung mit denen quasi hoch und das gibt einem dann Boni, wenn man diese Dämonen, die, die, das sind die Personas, wenn man die Personas dann fusioniert, wenn die denselben Typ haben wie die Beziehung mit der Figur, dann kriegt man da einen fetten Bonus. Und so kann man, äh, Personas kriegen mit einem viel höheren Level, als man eigentlich haben dürfen sollte. Ich hoffe, diese Erklärung macht soweit Sinn. Und was es halt auch, äh, als Resultat hat, ist, dass es sehr viel Abwechslung gibt. Das heißt, man läuft im Dungeon rum, dann gibt's irgendwie einen Boss, dann ist man wieder in der Schule, dann wird man irgendwie in der Klasse was gefragt, dann gibt's Leute, die einen fragen, ob man abhängen möchte mit ihnen, dann muss man irgendwie gucken, dass man seine eigenen, äh, Attribute irgendwie trainiert, dass man eben schlauer wird oder charismatischer, indem man Kaffee trinkt oder keine Ahnung. Äh, es war halt sehr abwechslungsreich, es hatte sehr kleine Loops, also die Tage sind wirklich sehr schnell verstrichen, ähm, und die Kämpfe waren alle so zack, 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 rein, raus, es war richtig, richtig gut, es hat sich super gespielt. Persona 3 war aber nicht mein erstes. Ich hab Persona 3 nach Persona 4 gespielt und ich habe die Theorie, dass das Persona-Spiel, das man als erstes gespielt hat, das ist dann jeder von jedem der Favorit. Und meins war Persona 4, also ist Persona 4 mein Favorit. Viele Leute, die mit Persona 3 angefangen haben, sagen, das ist ihr liebstes Persona und Persona 5 ist ja so viel populärer geworden, dass, äh, ich inzwischen auch mit einigen Leuten geredet haben, die sagen, oh, Persona 5, so super, eines meiner Lieblingsspiele, aber haben 3 und 4 nicht gespielt. Insofern, äh, können sie, glaube ich, das eh nicht vergleichen, aber wenn ich eben sage so... Mir persönlich gefällt nämlich Persona 4 und auch 3 besser als Persona 5 und warum, darauf will ich ein bisschen in diesem Video eingehen. Ähm, aber ich schätze ein Hauptgrund, warum viele Leute eben 5 spielen und auch wenn sie es geliebt haben, nicht zu 3 oder 4 gehen, ist, weil die Spiele nicht mehr wirklich verfügbar sind. Persona 3 und 4 waren Playstation-2-Titel, ähm, die, ich glaube, im PS4-Store sogar so als PS2-Classics verfügbar sind. Aber ich kann's verstehen, wenn man heutzutage nicht mehr wirklich Playstation-2-Titel rauskramen möchte, wenn sie nicht, wenn so viel eh schon remastered und was weiß ich was, äh, was, äh, wieder zur Verfügung gestellt wird. Persona 3 hatte eine Neuauflage für die PSP, Persona 3 Portable, ähm, was das Spiel wirklich beträcht. Und unter anderem konnte man da, äh, ein Mädchen spielen und das hat dann komplett andere Wege aufgemacht. Äh, und Persona 4 hatte dann eben Persona 4 Golden, das kam dann aber nur für die Playstation Vita und die, das PS-TV. Äh, und das kann man sich vorstellen, hat halt auch die potenzielle Reichweite ziemlich eingeschränkt. Deswegen freut es mich so sehr, dass Persona 4 Golden jetzt endlich auf dem PC verfügbar ist, als nativer Port. Und endlich können so viele Leute dieses Spiel selber erleben. Und ich will hier ein, äh, Argument machen, dass wenn ihr Persona 5 mochtet, solltet ihr es auf jeden Fall ausprobieren. Und wenn ihr noch gar kein Persona-Spiel gespielt habt, dann solltet ihr es auch auf jeden Fall ausprobieren. Es ist ein grandioses Spiel. Okay. Persona 4. Was, wie unterscheidet es sich zu Persona 3? Hauptsächlich ist es der Ton. Denn Persona 3 hat als übergreifendes Thema den Tod. Ja, den, 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 den Tod. Also die Figuren, äh, haben da so ein, äh, pistolenartiges Gerät. Das ist aber keine Pistole, das nennen sie Evoker. Und das halten sie sich an den Kopf und drücken ab und dann kommt da das Persona raus. Ja, das Thema ist tot. Äh, und in Persona 4 ist das Thema Wahrheit. Also ist es gleich ein viel weniger düsteres Thema, äh, für das übergreifende Spiel. Deswegen ist auch die Farbpalette sehr viel wärmer, während die von Persona 3 fast immer nur kalt ist. Ähm, und die Personen, mit denen man interagiert und die Geschichte, ist auch sehr, sehr viel positiver und die Figuren sind alle irgendwie noch motivierter und es ist einfach viel mehr Energie in diesem Setting drin. Und ich finde auch, dass das Setting das ist, was Persona 4 von den anderen Personaspielen und von anderen, äh, Spielen dieser Art extrem abhebt. Denn ich bin immer noch fasziniert davon, wie vorsichtig und, äh, kleinteilig und genial das Setting konzipiert ist in Persona 4. Im Prinzip ist es dasselbe wie in Persona 3. Du hast da irgendwie so eine andere Welt. Äh, in Persona 3 war es die Hidden Hour, das zwischen Mitternacht und eine Minute nach Mitternacht, glaube ich, äh, ist da so eine versteckte Stunde, die nur manche Leute erleben. Alle anderen verwandeln sich in Särge, weil Tod. Ähm, und in Persona 4 ist es, dass es eine versteckte Welt gibt, die nur durch Fernseher, äh, betrachtet werden kann und betreten werden kann. Äh, und es arbeitet ausschließlich mit natürlichen Dingen, außer halt die Sachen, die mit dieser anderen Welt zu tun haben. Da gelten komplett andere Regeln. Aber für die echte Welt, da ist wirklich, da wird wirklich nur mit natürlichen Sachen gespielt, also mit dem Wetter. Äh, wenn du bei regnerisch, in einer regnerischen Nacht um Mitternacht in einen ausgeschalteten Fernseher guckst, da ist auch wieder der Fernseher, ähm, dann siehst du vielleicht was. Das ist so das Gerücht, dass alles, äh, lostretet in Persona 4 und das hat halt so viele Ähnlichkeiten mit halt wirklichen so Geistergeschichten, die sich Kinder erzählen. Ich finde das Hammer. Ähm, der Nebel, wenn es, wenn es regnet, mehrere Tage lang, dann nebelt es irrsinnig stark und das hat eine große Bedeutung. Also es kommt primär aufs Wetter an und Fernseher spielen eine große Rolle. Und das sind halt zwei Komponenten, womit jeder wirklich viel anzufangen hat und das halt wirklich jeder kennt. Und das so zu mystifizieren ist, finde ich, genial. Ich finde, man kann sich viel besser, ähm, man kann viel besser mental spielen in diesem Raum, wenn ich sagen kann, oh, jetzt ist es neblig. Uh, was könnte jetzt hier für mysteriöses Zeug passieren? Oder, ah, ein Fernseher, wenn ich den in Mitternacht eine regnerische Nacht angucke, sehe ich was. Oder wenn ich superduper besonders wäre, dann, wenn ich den anfasse, würde was passieren. Äh, und das finde ich halt spannender als, äh, in Persona 5, wo es halt heißt so, oh, ich hab hier ne App auf meinem Handy und wenn ich da draufklicke, dann macht's bluuuup. Und dann bin ich in einer anderen Welt. Oder in Persona 3, wo, ähm, ich sagen kann, oh, jetzt ist Mitternacht. Ja, wenn ich, wenn ich, wenn ich so ein geiler Typ wäre, dann würde ich jetzt hier, äh, in der versteckten Stunde sein. Aber ich schätze, ich war wohl ein Sarg für ne Stunde und hab's nicht gemerkt. Äh, und ich mag Persona 3 und ich mag Persona 5. Ähm, ich will das jetzt nicht so groß schlecht reden. Ich find halt nur Persona 4 ist so für die Immersion und für das, ähm, das Rollenspiel während des Spielens mit das Setting, das einem da am besten abholt. Obendrauf kommt dann eben noch die Hauptstory. Die ist bei Persona 3 relativ im Hintergrund. Da geht's wirklich hauptsächlich um das, äh, den Turm hochklettern. Und in Persona 5 geht's um die Antagonisten sehr viel, äh, was auch ganz cool ist. Aber Persona 4 kümmert sich wirklich, wirklich um die Protagonisten und um das, äh, zentrale Mysterium. Denn in Persona 4 geschehen eine ganze Reihe von Morden. Leute sterben. Alle paar Monate mal sterben Leute, jedes Mal, wenn's neblig wird. Äh, und die Protagonisten versuchen halt ehrlich rauszufinden, wer dafür verantwortlich ist und die Person aufzuhalten. Als auch vorherzusehen, wer das nächste Opfer sein könnte und das zu verhindern, also diese Opfer zu retten, bevor sie sterben. Und das ist so leicht nachzuvollziehen, warum die Figuren da so motiviert werden, ähm, und sich mit dieser Energie mitziehen zu lassen. Als auch dadurch, dass du, anders als in Persona 5, wo die Antagonisten ihre Schattenversionen kriegen, in Persona 4 siehst du die Schattenversionen der Protagonisten. Äh, und gleich von Anfang an, also die erste Schattenversion, die du siehst, ist von, äh, dem ersten Partymitglied, das du hast, dann die zweite Version von zweiten Partymitglied, die dritte vom dritten und so weiter. Äh, und das Coole daran ist, dass diese Schattenversionen Teile von den Protagonisten repräsentieren, die sie selbst nicht wahrhaben wollen. Also ein Teil von ihnen, von ihrer Persönlichkeit oder ihrer Psyche, den sie verdrängen möchten, nicht, äh, anerkennen möchten, der aber da ist, der wirklich wahr ist. Und du hörst dann eben, äh, du lernst dann eben, wie Yosuke halt eigentlich ein super Arschloch ist, der sich freut, dass er den Tod dieses Mädchens, das er mochte, jetzt ausnutzen kann, um ein bisschen Abenteuer in dieser, in diesem ländlichen Dorf, wo sonst alles langweilig ist, zu erleben. Ähm, oder du erfährst wirklich, wie Chie auf Yukiko neidisch ist und wie sie sich halt wirklich, wie sie sich selbst sieht. Äh, und es ist ehrlich berührend, finde ich, äh, diesen Figuren zuzusehen, wie sie gezwungen werden, diese Teile, die sie, die sie nicht mal selbst anerkennen möchten, dann auch gleich vor anderen Leuten, also hauptsächlich uns und später dann eben auch noch den anderen Party-Membern, die wir haben, äh, wir sehen das und wir ermutigen sie dann dazu, hey, das ist okay, diese Gefühle zu haben und, äh, das so zu denken, dass, du bist nicht nur das, das ist aber ein Teil von dir und du musst das anerkennen. Und du siehst dann eben gleich schon diese, diese Schattenseiten der Persönlichkeiten, du kriegst sofort das Gefühl, dass, äh, dass diese Figuren dreidimensional sind, dass da mehr los ist, als unter der, unter der Oberfläche, als es zuerst den Anschein hat. Und sie haben diesen verletzlichen Moment relativ früh, äh, in ihrer Geschichte dir gegenüber und es ist so leicht, sich mit diesen Figuren daher verbunden zu fühlen, mit ihnen mitzufühlen und, äh, ihre Geschichten mit Gusto mitzuverfolgen. Das ist so ein fantastischer Kniff, dass ich es echt schade finde, dass Persona 5 den nicht mehr aufgreift. Stattdessen macht Persona 5, ähm, auch was Interessantes, dass es eben die Schattenseiten der Antagonisten viel stärker beleuchtet. Ähm, mein Problem damit ist, äh, ist, dass es für viele der Antagonisten halt wirklich auf, auf relativ simple Punkte hinausläuft. Also dieser Antagonist ist ein schmieriger CEO einer Firma, die seine Arbeiter nicht respektiert und in den, und zu Tode arbeitet und nur auf Geld aus ist und sonst gar nichts. Und in Persona 4 hast du halt diese Schattensachen, das sind dann zwei Szenen maximal und ein Bossfight. Der Dungeon selbst ist, äh, so ein paar Schnipsel, so hier und da, aber das sind halt nur ein paar Textzeilen, äh, und der Rest ist halt der Dungeon. Und in Persona 5 wird sehr viel von den Dungeons selbst nochmal benutzt, um die Punkte reinzuhämmern. Und, äh, in einigen Situationen, also in einigen Beispielen, nicht in allen, äh, wird halt echt nicht mehr gesagt, außer, deswegen ist diese Person eine schlechte Person. Äh, und zum Beispiel dieser Künstler, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, das war ein cooler Dungeon, da lernt man auch wirklich mehr über die Figur. Aber eben zum Beispiel der CEO, das ist echt, finde ich, äh, verschenktes Potenzial und da hätte man vielleicht noch andere Figuren mitbeleuchten sollen, äh, um den Dungeon mehr abwechslungsreich zu machen und dass man eben auch wirklich was lernt, alle paar Nase lang in dem Dungeon und nicht nur dieselbe Information immer und immer und immer wieder anders aufbereitet kriegt. Auch ohne, äh, die Geschichte spoilen zu wollen, ist das Mysterium wirklich ein richtig, richtig gutes Mysterium. Und wie es aufgebaut wird über die Zeit ist meisterhaft, finde ich. Es geht halt um diese Mordfälle und ich finde fantastisch, wie die Figuren nach jeder neuen Information, die sie erhalten, insbesondere wenn sie merken, okay, jetzt gibt's hier ein neues Opfer, ähm, was haben diese Opfer mit, den anderen Opfern gemein, damit sie eben weiterhin voraussagen können, wer das nächste Opfer sein wird. Und das Spiel wirft einem ständig, äh, Hindernisse in den Weg, wenn man gerade versucht oder wenn man gerade glaubt, okay, ich erkenne hier ein Muster, ich weiß jetzt, wie es läuft, ich kann mit dem arbeiten, dann kriegt man eine neue Information, die alles umwirft. Und du musst nicht unbedingt bei Null, aber du merkst, dass das Muster und die Erkenntnisse, die du bisher gewonnen hast, die sind nicht 100% korrekt. Äh, und es lässt dich die ganze Zeit eben arbeiten an diesem Mysterium. Und die Auflösung davon macht zu 100% Sinn. Also die Auflösung ist richtig, richtig befriedigend. Ähm, dafür muss man aber das, das True Ending erreichen, damit man auch wirklich alles erfährt, so ähnlich wie in Undertale. Äh, was in Persona 4, finde ich, ein bisschen arschig ist. Ohne Komplettlösung hätte ich das True Ending nie gefunden. Ähm, aber, ja, also für das True Ending darf man, finde ich, ruhig in eine Komplettlösung gucken. Dafür muss man, ja, also wenn man zum Ende kommt und man merkt, hm, das war jetzt aber nicht das super duper happy Ending, das mir versprochen wurde, dann kann man in eine Komplettlösung gucken, wenn man es bis jetzt auch nicht gemacht hat. Aber, ja, äh, worauf wollte ich hinaus? Genau, das Mysterium ist super, super aufgebaut, super aufgelöst. Ähm, ich bin super happy. Auch möchte ich sagen, Persona 5, ähm, da geht's nicht so sehr um die Story, finde ich, in Persona 5. Es geht mehr um die einzelnen Dungeons und um die Antagonisten und, äh, die kleinen Arcs, die du da hast. Aber es fällt mir halt auf, wie erfrischend es war, äh, zu Persona 4 zurückzukehren. Und das bestätigt auch den Verdacht, den ich hatte, als ich 5 gespielt habe, dass in Persona 4 die Figuren halt wirklich sagen, was jetzt gerade zu sagen ist. Und dann geht's weiter. Und sie sagen auch hauptsächlich wirklich nur Dinge, die jetzt auch wirklich relevant sind, die neu sind. Natürlich wiederholen sie sich, ähm, das Spiel ist ja auch dazu ausgelegt, dass man es in mehreren Sessions spielt und nicht an einem Stück. Das ist genauso wie Persona 5 ein riesenlanges Spiel. Ähm, aber ich war echt nie genervt von den Szenen, wo die Figuren sich beraten, was sie jetzt gelernt haben, was sie daraus schließen können und was sie glauben. Ich finde auch, die Ideen, die die Figuren, äh, auf den Tisch legen, sind eigentlich alles valide Interpretationen der Informationen, die sie haben. Äh, und natürlich sind viele rote Heringe dabei und, äh, jetzt, wo ich halt auch schon weiß, was das Mysterium ist und was die Auflösung ist, sehe ich auch, wo die Figuren auf die richtige Interpretation stolpern, aber dann davon abweichen, weil sie halt nicht wissen können, ob das die richtige Interpretation ist und eine andere scheint gerade naheliegender. Es ist richtig, richtig, richtig cool und macht sehr viel Spaß. In Persona 5 habe ich das Gefühl, werden mir Dinge immer und immer und immer wieder gesagt und man hat keine neuen Informationen, aber Figuren reden trotzdem nochmal und nochmal darüber und, äh, es ist echt weird, wie Persona 5 zwar sehr viel mehr Stil hat und sehr viel mehr Pepp und kurzweiliger ist in vielerlei Hinsicht, aber Persona 4 verschwendet weniger Zeit, wenn das Sinn macht. Die, ähm, die Animation für das Ende eines Kampfes zum Beispiel ist in Persona 4 einfach nur zack, 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 fertig. Und in Persona 5 hast du halt diese ganzen coolen Animationen mit den Helden und dann mit der Morgana als Bus und blablabla und dann bist du fertig. Und das ist nicht so viel länger, aber ich habe das halt echt gespürt, dass ich in Persona 4 einfach nur blablabblab, äh, dass das wirklich sich schneller angefühlt hat und es hat sich besser angefühlt, finde ich. Und ja, ich bin mir auch gar nicht mehr sicher, ob ich noch große Themen habe. Also, zusammenfassend, Persona 4 erbt die ganzen Stärken von Persona 3 und macht ein paar Sachen, finde ich, sogar besser als 5. Insbesondere eben das Setting, äh, und das schnelle Gameplay. Also, die Gameplay-Loops sind kürzer als in Persona 5, äh, und ich finde, dass die Hauptstory ist viel intelligenter aufgebaut und befriedigender. Auch der Aufbau daher, nicht nur, äh, die Auflösung. Äh, und die Charaktere werden einem durch eben diesen Kniff, dass man ihre Schattenseiten sieht, schneller ans, ans, ans Herz gelegt, äh, möchte ich mal sagen. Und wird auch später dazu benutzt, wirklich die Figuren auf interessante Weisen zu beleuchten. Also, eine der ersten ist auch Kanji, der dann eben mit seiner Sexualität struggelt. Und das ist dann das Motiv für seinen Shadow. Und das ist halt echt cool. Ach ja, äh, und auch im Gameplay wirft einem das Spiel immer wieder Sachen rein, um einen nicht in einen Trott verfallen zu lassen. Also, äh, ist das der vierte Dungeon? Der dritte Dungeon. Der dritte Dungeon. Ähm, da ist der Boss schon zum Beispiel nicht mehr so, wie man das erwartet hat. Weil man dachte sich, okay, das ist das dritte Mal, ich weiß, wie es läuft. Und ups, plötzlich ganz was anderes und was Cooles. Äh, als auch eben die, äh, Dungeon-Level selbst. Das sind so quasi Minitürme aus Persona 3, so zufällig arrangierte Sachen. Das ist in Persona 5, finde ich, ist schon cool, dass das handgebaute Dungeons sind. Ich mag aber in Persona 3 und 4, dass die Dungeons dann halt so Fastfood sind. Dass du da einfach durchsnacken kannst. Und eben in Persona 4 hast du auch immer wieder handgebaute Levels in diesen Sachen. Also, die sehen genau gleich aus wie die anderen, äh, Etagen in diesen Dungeons. Aber die haben dann irgendwie eine eigene Falle oder ein eigenes Rätsel, das man machen muss. Oder eine bestimmte Reihenfolge. Das heißt, hier kann man auch nicht einfach nur in einen Trott verfallen und wie hypnotisiert einfach durchlatschen. Oder sich, äh, immer nur vorbeischleichen an den ganzen Gegnern und so. Also, das geht nicht. Und das finde ich ist halt auch, ähm, sehr, sehr cool. Also, gameplaymäßig finde ich, äh, finde ich ein sehr starkes Spiel. Die Bosse sind auch allesamt, äh, einzigartig und haben ihren, ihren eigenen Spin und Sachen, auf die man aufpassen muss. Äh, die Figuren eben, also die Party-Members, die wachsen einem so richtig ans Herz. Und auch nachdem man sie eben als Shadows gesehen hat, bleiben sie wirklich unterhaltsame, spannende, dreidimensionale Figuren. Äh, und auch die anderen Social Links, die Beziehungen, die man machen kann. Viele davon sind super interessant und haben sehr viele spannende Szenen. Ah, toll. Ich finde es super, super, super. Und Persona 4 Golden ist ja nochmal ein bisschen erweitert. Äh, ich muss ehrlich sagen, die meisten Sachen, die es erweitert, finde ich jetzt nicht super nötig. Aber warum nicht? Es ist mehr Persona 4. Habe ich nix per se gegen. Jo, dann mache ich mal hier zum Ende. Vielen Dank, dass ihr dieses, äh, Video angehört oder sogar geguckt habt. Wow. Ähm, das hier ist, war ein Freeform-Video. Das, äh, geht nicht auf Lasten meiner, äh, Patrons. Denn ich habe einen Patreon, wenn ihr diesen Kanal unterstützen wollt und dass ich halt wirklich ein Video jeden Monat, also ein, ein geskriptetes, längeres Video jeden Monat rausbringen kann, dann könnt ihr das unter patreon.com slash gescheitgespielt tun. Für mehr Wege, mich zu unterstützen, guckt, 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 guckt auf techromancer.club slash support. Und, ja, vielen Dank an meine Patrons, die mich bereits unterstützen. Es sind seit den letzten beiden Videos deutlich mehr geworden. Vielen, vielen Dank. Ähm, nächsten Monat seid ihr dann auch in den Credits des nächsten geskripteten Videos. Und wenn ihr es aus irgendeinem Grund noch nicht habt, dann guckt euch meine letzten beiden Videos an. Zu, äh, der Gothic-Atmosphäre, zu Matt, die Queen von Gothic oder auch, ähm, für etwas, das ein bisschen näher an Persona dran ist, äh, das ist mein drittletztes Video, also meine drei letzten Videos zu Neocab, einem fantastischen Spiel, das ihr auch alle spielen solltet, genauso wie Persona 4. Also, vielen Dank fürs Zuhören, Zusehen, äh, gebt mir einen Daumen hoch oder runter, je nachdem, wie es euch gefallen hat, abonniert, ihr kennt die ganze Misere. Wir sehen uns beim nächsten Mal.